Okay, Kinder, einer nach dem anderen. Ich schätze, jetzt bin ich dran. Hi! Was glotzt du denn so, Norbert? Oh, ich hab nur... Ich seh mir nur... Ich seh mir nur die Kinder an. Die kommen gleich die Rutsche runter. Ich pass nur auf, dass sie heil unten ankommen. Die Kinder, ja? Ja. Du willst also nicht sehen, wie die kleine Schlampe da runterrutscht? Ich werde dir mal zeigen, wie eine Schlampe da runterrutscht. Oh nein, Russ. Entschuldigen Sie, Ma'am. Die Gewichts-Obergrenze liegt bei 300 Pfund. Na, sag mal, ich wiege keine 300 Pfund. Ich wiege 165. Na, da staunst du. Das war unglaublich. Hey. Wow. Was ist denn das? Das ist Vespucia. Ich werde dir zeigen, wie eine Schlampe rutscht. Passt auf, ihr Pappdaten! Heilige Maria, Mutter Gottes! Stop, 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 stop! Oh! Yeah! Nein, das ist doch!